Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist BeatWalker. Willkommen zu meinem Review der Apple Keynote vom März 2015. Gemeinsam mit euch will ich die Keynote nochmal Revue passieren lassen. Ich werde mir den Live-Ticker von Apple direkt nochmal anschauen mit euch. Und zu gewissen Punkten meine Meinung dazu sagen. Beziehungsweise ein bisschen das Feedback, was ich jetzt schon hier in der ganzen Community gelesen habe, auf die diversen Foren, einfach hier nochmal zu Gemüte führen und meine Meinung dazu preisgeben. Ihr wisst, ich bin nach 22 Jahren Windows jetzt seit vielen Jahren Apple-Fan. Allerdings würde ich mich mal nicht als Fanboy bezeichnen, denn ich finde auch genug kritische Punkte Apple gegenüber. Also horcht euch das Ganze einfach mal an und dann bildet euch eure eigene Meinung zu diesem Thema. Am 9. März war ja die Präsentation von einigen neuen Dingen. Erwartet wurde ja einiges. Apple TV, MacBook, die Apple Watch natürlich auch. Und ja, ich habe hier den Live-Ticker und da blätter ich mal zum Startpunkt. Und es ist nämlich hier um 16.45 Uhr. Wurde das erste Bild gepostet, hier das Cerber Buena Center, welches Apple-like präsentiert wurde mit dem schönen blumenartigen Hintergrund, der die Besucher in Empfang genommen hat. Tim Cook hat auch getwittert um 4.30 Uhr oder bis 4.30 Uhr muss ich vorher noch ein bisschen ausrasten, damit er Power hat. Ja, und dann ging es dann auch schon los in die Richtung. 5.18 Uhr, Start war ja um 18 Uhr. Man sieht hier bei dieser Schwelle die ganzen Aufgrieber mit den ganzen Worldwide Developer Conferences 05, 06. Und an uns die ganzen Events, die bereits abgehalten wurden in diesem Raum. Und da ging es dann auch schon los. The audience makes its way in. Also die Leute sind gekommen, die ganzen Pressefutzes, die ganzen Leute, die einfach Interesse gehabt haben, das Ganze live zu sehen. Ich weiß gar nicht, wie es vorher war, wie schnell die Karten ausverkauft waren. Normalerweise dauert es meistens nur ein paar Minuten und alle Plätze sind vergeben. Und hier auch ein Blick hier rein in dieses Center, in diesen Raum und da ist auch nichts dem Zufall überlassen. Alles perfekt abgestimmt, farbentechnisch vom Aufbau her alles auf das Zentrale. Wesentliche Ding und da ist eben die Bühne vorne. Ja, hier sieht man es auch nochmal perfekt ausgeleuchtet. Minimalistisch alles aufgebaut, also hier steht nichts auf der Bühne herum, was es großartig ablenken könnte. Außer dieses kleine Pult, wo einfach dann die Produktpräsentationen stattgefunden haben. Ja, wenn eines Apple kann, dann auf jeden Fall die Sachen präsentieren. Das versuchen immer wieder viele Hersteller nachzumachen, aber keiner ist da so genau und so akribisch wie Apple. Und wer die Biografie von Steve Jobs gelesen hat, der weiß ganz genau, dass diese Präsentationen minutiös und auf jeden Millimeter durchgeplant sind. Da wird wirklich nichts dem Zufall überlassen. So, Introducing, da geht es dann los. Die erste Sache ist natürlich hier, wird präsentiert, der neue Flagship-Store in Westlake in China. Und ja, man kann sagen, was man will, die Stores schauen einfach schon genial aus. Also ich finde es wirklich immer wieder faszinierend mit diesen riesengroßen Glasfronten, das große Apple-Logo und drinnen. Diese schlichten Tische, die einfach vom Wesentlichen nicht ablenken sollen. Nämlich das Wesentliche sind einfach die Geräte, die da drauf liegen. Und das ist ja das Schöne bei so einem Apple-Store, dass man wirklich alles anschauen und probieren kann. Und es schaut schon sehr, sehr beeindruckend aus, wie hier die ganze Produktpalette präsentiert wird. So, losgehen tut es dann hier mit Apple TV. Erwartet wurde ja ein neues Apple TV. Da muss ich gleich sagen, nö, wurde leider nichts. Der große Bringer am Anfang war das HBO Now. Das ist auch so ein Streaming-Dienst, der jetzt auf Apple TV Platz findet. Ich weiß nicht so genau, ob das in Europa auch greifbar ist. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil wir haben ja jede Menge Streaming-Anbieter mittlerweile. Und Netflix ist ja auch einer, der auf Apple TV zu finden ist. Aber die Ankündigung, die schon gefreut hat, war, dass der Preis von Apple TV gesunken ist. Also bei uns in Europa kostet es 79 Euro von 99, glaube ich, ist der aktuelle Preis. Also knappe 20 Euro wäre das günstiger. Und das finde ich eine ganz tolle Sache, weil Apple TV ist wirklich ein nettes Gadget zum Streamen, aber auch zum Streamen des Mac oder des MacBooks oder des iPhone auf dem Bildschirm. Also ganz eine praktische Sache. Statistik ist natürlich auch gefragt. Das muss natürlich auch sein. Die gesamte Industrie vom Handymarkt ist um 26 Prozent gestiegen. Allein das iPhone ist um 49 Prozent gestiegen. Also man sieht, iPhone hat wirklich den Telefonmarkt sehr fest im Griff. Und ja, es wird schon seine Gründe haben, sagen wir mal. Auch wenn es immer wieder Leute gibt, die herumschimpfen, herumjammern. Eine wichtige Aussage für Tim Cook war, diese hier unten, iPhone 6 und iPhone 6 Plus, haben eine Zufriedenheit bei den Kunden von 99 Prozent. Und das ist natürlich schon eine schöne Sache, wenn Leute auch mit einem Produkt zufrieden sind und das gerne benutzen. Apple Pay ist ja was, was bei uns in Europa noch nicht Fuß gefasst hat. Ist bei den Amis am aufsteigenden Ast. Mittlerweile haben 2.500 Banken die Partnerschaft mit Apple und eben diesen Apple Pay. Und über 700.000 Locations oder Geschäften kann man auch mittels Apple Pay zahlen. Und das finde ich schon eine praktische Sache. Und da hoffe ich, dass es in Europa auch mehr kommt, weil es ist einfach easy dann. Wenn du einfach das Handy, das hast du eh immer mit. Das haltest du dann hin zur Kasse und zack, ist bezahlt mittels Fingerabdruck bestätigt. Und dann ist das Ganze sogar auch mit der Apple Watch, wenn man die dann haben sollte. Auch Coca-Cola-Automaten zum Beispiel sind aufgerüstet worden in Amerika. Da kannst du beim Cola-Automaten noch mit dem iPhone zahlen. Ja, nette Sache. Das Home-Kit gibt es ja auch. Das ist ja eine Applikation, mit der man das Equipment im Haus steuern kann. Also ob es jetzt Jalousien sind, Garagentore. Also mehr oder weniger eine Schnittstelle, mit der man eben diese Haussteuerung aktivieren kann. Ist bei den Amis auch sehr beliebt, wie es ausschaut. Zumindest wurde das auch hier auf der Keynote präsentiert. Da hat da eben die Garage zu Hause eben von der Präsentation aus geöffnet. Und eine ganz nette Sache. Wie das bei uns hier umgesetzt wird, ich weiß es ja. In Europa sind diese Sachen relativ schwach beworben oder irgendwie nicht so richtig zu sehen. Wenn man so schaut, das fällt halt nicht so auf. Da müsste man direkt ein bisschen schlauer machen, ob in diese Richtung hier mehr passiert. Aber prinzipiell finde ich es eine tolle Sache, dass diese Möglichkeiten eben bestehen, dass ich mein Haus mit dem iPhone steuern kann. Carplay kommt auch immer mehr. Also die ganzen wichtigen Automarken sind mit dabei und werden ihre Autos mit Carplay ausliefern. Sprich, da hat man einfach die Kommunikation mit dem iPhone, dass man diverse Daten hin und her schicken kann und Telefon und so weiter und so fort. Also wirklich eine ordentliche Kommunikation, Audio und visuell. So, das Research Kit, das war ein großes Thema. Research Kit, da geht es darum, dass man das iPhone auch für Gesundheitsdinge verwenden soll. Ihr wisst ja vielleicht, dass iPhone 5s und iPhone 6 haben ja einen eigenen Co-Prozessor eingebaut, der Bewegungen, Beschleunigungsmessungen permanent macht und dann eben Schritte zählt und Stockwerke zählt, wo man rauf und runter läuft und so weiter und so fort. Und das wird Apple einfach weiter ausbauen, nämlich mit Gesundheits-Apps, Gesundheitsprogrammen. Gerade speziell hier angesprochen wurden zum Beispiel Krankheiten, die regelmäßige Überprüfung benötigen, Parkinson, Asthmatika, Herz-Kreislauf-Probleme und so weiter. Und bei den Amis ist es wirklich so, dass schon viele große Universitäten mit dabei sind und hier Software entwickeln, um eben die Daten im iPhone zu sammeln, um diese dann, wenn man es will, wenn man es wünscht, das kann man sich selber einstellen, diese Daten dann freizugeben für einen Arzt, für das Krankenhaus und so weiter. Und ich komme ja selber aus dem Rettungsdienst. Ich weiß ja, bei Leuten, die irgendwelche Erkrankungen haben, die müssen ja regelmäßig Blutdruck messen, Blutzucker messen und diese ganzen Daten aufschreiben. Und es passiert meistens bei so einem schwindeligen Zettel bei so einem Block und den musst du nicht finden, weil es den brauchst. Und ein iPhone oder ein iPad hat ja eigentlich, gerade das Telefon hat man ja immer mit. Und ein iPad ist vielleicht auch noch einfacher zu bedienen, wenn man die Oberfläche entsprechend programmiert, die dann auch für ältere Leute vielleicht schöner einsehbar sind, wie so ein Zettel. Und da kann man die Daten auch erfassen und auch so Tests machen. Hier ist zum Beispiel ein Test für die Parkinson-Sache. Da muss der Patient einfach schnellstmöglich hin- und hertippen zwischen diesen zwei Feldern. Und das sind anerkannte Teste, die normalerweise auch im Krankenhaus gemacht werden. Aber nein, das kann man jetzt hier auf dem Telefon direkt von zu Hause aus machen. Und diese Daten werden entsprechend weitergeleitet, wie man will, zu seinem zuständigen Arzt. Das Research Kit ist Open Source. Also das kann wirklich jeder verwenden zum Programmieren. Und mittlerweile gibt es schon ein paar Apps, die bei der aktuellen Generation ausgeliefert werden. Da geht es hier um Brustkrebs, um Diabetes, um Parkinson, eben um Herzerkrankungen und um Asthma. Diesbezüglich wurden auch ein paar Videos gezeigt, wo die Leute einfach gesagt haben, wie sie damit arbeiten, wie sie das verwenden und dass sie einfach recht glücklich sind damit, dass man das ordentlich verwalten kann jetzt. Wie weit es dann auch bei uns in Europa natürlich in Kraft tritt und verwendet werden kann, werden wir sehen. Das ist immer eine spannende Sache, dass bei den Armen alles Mögliche da ist. Aber ob das dann bei uns auch kommt, werden wir sehen. Ab 9. März ist das Ganze dann verfügbar. Und schauen wir mal, wie weit es aus das kommt. Mich speziell aus dem Rettungsdienstsektor ist es sicher eine interessante Sache, ob ich es noch erleben werde, dass wir vielleicht wirklich aktiv damit arbeiten. Dass du wirklich sagst, du kommst zu einem Patienten und dann liest du einfach seine Daten aus oder bekommst die irgendwie, mal schauen. Das lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall ein sehr guter Ansatz, auch ein Telefon, das man immer dabei hat, auch ein bisschen, das ist ein Blöckling, aber ein bisschen sinnhaft einzusetzen. So, dann gehen wir mal los. Das ist eigentlich das Wichtigste, auf das wir alle warten bei so einer Präsentation, damit die Hardware kommt. Und hier das MacBook, das neue MacBook. Ja, und da wurde ich auch mit Statistik begonnen, denn die Notebook-Industrie ist im Großen und Ganzen minus 3% geschrumpft. Ha, aber nicht MacBook, die MacBook-Verkäufe sag 21% gestiegen. Also da rührt sich etliches. Und natürlich weiß die Frage, oder andersherum, hier sieht man auch, und mir fällt es auch immer wieder auf, gerade wenn du auf den Fernsehen schaust, das ist immer wieder irgendwo ein Apple-Gerät herumstehen. Also irgendwie kommt mir auch vor, dass hier der Markt größer wird und vielleicht ein bisschen die Marke mehr präsenter ist, wie man es vielleicht auch oft wahrhaben will. Ja, und dann wurde eben das neue MacBook präsentiert und das war wirklich ein Knaller. Was man als allererster sieht, das neue MacBook kommt in drei Farben. In Silber, in Space Gray und in Gold. Und diese Farben kennen wir ja vom iPhone, von iPhone 5, von iPhone 6. Das sind hier mit den Standardfarben, die daherkommen. Und die Besonderheit ist einfach die Leichtigkeit. Hier sieht man es, das MacBook wiegt zwei Pfund. Das sind knappe 0,9 Kilogramm, also ein knappes Kilo. Und das ist schon sehr phänomenal. Und auch die Größe, wenn man von Größe noch reden darf, oder die Dicke davon. Also das alte MacBook, er hatte 17,3 Millimeter. Das neue MacBook 13,1. Also das ist schon phänomenal. Also recht viel dünner, glaube ich, geht es nicht. Und man sieht hier auch, schöne Tastatur ist wirklich komplett auf die Größe hinausgezogen. Das neue MacBook kommt in 12 Zoll mit Retina-Display. Also wirklich ein fantastisches Display. Und eine weitere Neuerung hier ist der Mechanismus der Tastatur. Die normalen Tastaturen arbeiten ja mit so einem diagonalen Mechanismus. Und der neue ist ja so ein Butterfly-Mechanismus. Also hier wird die Taste reingedrückt. Und diese sind mehr oder weniger die Stützen und Sorgen dafür, dass die Taste ja nicht verkantet und nicht irgendwie schräg gedrückt werden kann. Und mit dem alten Mechanismus konnte das noch passieren. Und mit dem neuen ist es stabiler. Also die Tasten sind stabiler. Also die wackeln nicht mehr so und drücken sich wirklich das Ganze senkrecht runter, auch wenn man am Rand drückt. Und sie sind ein bisschen größer geworden, die Tasten. Die Beleuchtung wurde auch geändert. Es hat wirklich jede einzelne Taste eine eigene LED. Sprich, die Ausleuchtung ist jetzt schön gleichmäßig. Ob das überhaupt zu einem aufgefallen ist, wäre es einmal dahingestellt. So hier 12 Zoll. Das Retina-Display hat 2000 irgendwas Auflösung, weil sonst noch irgendwas, meine technischen Daten können Sie sich da näher anschauen. Auf jeden Fall haben wir 3 Millionen Pixel am Bildschirm. Und diese Pixel brauchen dann auch noch 30% weniger Energie, weil das Ganze auch redesigned wurde. Also auch weniger Stromverbrauch für das Ganze. Eine große Neuerung ist auch das Trackpad. Das ist das Force Touch Trackpad. Denn dieses Trackpad erkennt jetzt auch, wie fest das man drückt. Das Besondere dabei ist ja, es gibt hier an und für sich keinen mechanischen Druckpunkt mehr, wie man es bei den Trackpads bei den alten MacBooks hatte. Da konnte man entweder tippen, also nur mit dem Finger kurz berühren und das als Klick programmiert haben. Oder man muss wirklich das ganze Trackpad hineindrücken. Das gab dann so einen Klick. Das gibt es hier jetzt nicht mehr. Hier wird das Klicken mehr oder weniger durch eine Vibration simuliert. Also das Trackpad gibt trotzdem noch ein Feedback, aber nicht richtig mechanisch, sondern als Vibration mehr oder weniger, was sich aber angeblich so anfühlen soll, als wenn man wirklich draufdrückt. Aber das Besondere ist eben dieses Force Touch. Das Trackpad erkennt, wie fest ich draufdrücke. Und da kann man natürlich entsprechend auch einstellen, wie fest muss ich drücken, dass ich eine gewisse Aktion habe. Und das Tolle ist einfach, dass man jetzt viele Funktionen rein mit der Drucktiefe, mit der Druckstärke steuern kann. Und als Beispiel ist einfach hier das Vor- und Zurückspielen bei einem Video gewesen, wo man einfach auf diese Vorspultaste mit dem Finger draufdrückt. Und desto fester man drückte, desto schneller wurde das Video dann vor- oder zurückgespult. Also ich finde, ja, eine ganz interessante Sache, bei verschiedensten Möglichkeiten hier vielleicht zu arbeiten. Also auch mit Wikipedia, Nachschlagen bei Wikipedia und so weiter, dass man hier entsprechend auf dieses Wort draufdrückt, von leicht zu markieren bis fest, einfach zum Nachschlagen. Ja, hier nochmal ein Blick auf das Publikum. Jeder in seinen Laptop hakt natürlich die Neuerungen rein. Das ist ja ganz klar, denn wir User, die daheim sitzen und die Live-Ticker schauen, wollen natürlich die Informationen gleich am Bildschirm haben. Und diese Leute, die da drinnen sitzen, kümmern sich genau um das. Also ich hoffe, dass die trotzdem alles mitkriegen, wenn die da vor lauter herumtippen. Ja, hier ist das Innenleben übrigens von dem neuen Backbook. Und mein erster Gedanke war ich, dass mein erster Gedanke habe, ich dieses Mainboard, dann kann man das noch Mainboard nennen, weiß ich gar nicht. Also bei Apple heißt es ja Logikboard. Wie ich das gesehen habe, mein erster Gedanke, jö, schau, ein iPhone mit Bildschirm und Tastatur. Also von der Größe her ist es wirklich fast eine iPhone-Größe, was hier an der Hauptplatine zu sehen ist. Und der Rest ist alles nur Akku. Da ist nur Strom drinnen, nur Stromwetter geliefert. Und hier eben die Technik für das Trackpad. Also echt phänomenal, wie da der Platz ausgenutzt wird. Und wenn man sich das hier anschaut, das MacBook Air Logikboard von 11 Zoll ist so groß, das ist von 9, 12 Zoll. MacBook ist so klein, ja, 67 Prozent kleiner. Also ich finde das faszinierend. Ihr müsst euch ja vorstellen, hier drauf ist der Prozessor, hier drauf ist unter Anführungszeichen die Festplatte, also der Flash-Speicher und auch der normale RAM. Also das ist, ich finde es phänomenal. Und das Tolle ist, dieses MacBook kommt ohne Lüfter aus. Also es hat einen Intel Core M Prozessor und braucht keinen Lüfter. Also es wird passiv gekühlt, also über das Gehäuse, über einfach den Aufbau des ganzen MacBooks. Auch der Batterieaufbau ist ja neu. Man sieht hier, wer arbeitet bei MacBook mit Schichten. Im Gegensatz dazu, das alte MacBook Air, glaube ich, ist das, hier ist einfach der Akku sein ganzer Block gewesen. Hier sind einfach direkt verschiedene Schichten übereinander, die einfach hier den Strom liefern. Batterielaufzeit, 9 Stunden Webbrowsing, 10 Stunden iTunes Movie Playback. Also das passt auch den ganzen Tag, mehr oder weniger kommt man aus. Und ja, spannend wurde es dann hier bei den Anschlüssen. Es gibt nämlich nur mehr zwei Anschlüsse. Auf der linken Seite haben wir diesen USB-C Anschluss und auf der rechten Seite darüber haben wir den Kopfhöreranschluss. Und dieser USB-C Anschluss ist ein All-in-One. Also da gibt es noch einen, also da kann man anstecken zum Laden. Man kann aber auch Adapter anstecken für HDMI, für VGA, für USB und so weiter und so fort. Also man merkt schon, dieses MacBook ist wirklich konzipiert zum Mitnehmen. Natürlich sagt man, Intel Core M Prozessor, ob der jetzt diese Monsterleistung hat, glaube ich eher nicht. Also ich glaube, dieses MacBook richtet sich an Leute, die, wie wir sagen, die viel unterwegs sind und hauptsächlich E-Mails checken, surfen, vielleicht einmal einen Brief schreiben und solche Sachen. Also eher so die Bürotätigkeit für unterwegs, denen aber vielleicht das iPad zu wenig war. Die einfach sagen, sie müssen viel schreiben und das iPad als Schreibgerät mit dem Touch-Display, mit der Touch-Tastatur, ist ja wirklich zum Vielschreiben, nicht der Burner. Und ich glaube, genau diese Leute richtet sich dieses MacBook, diese neue Variante des MacBooks, dass sie einfach ein leichtes, kleines, dünnes Gerät mithaben, was sie locker in die Tasche schieben können und trotzdem, wenn sie aufklappen, eine vollwertige Tastatur haben mit einem Top-Bildschirm. Obwohl ich mich frage, ehrlich gesagt, ein Retina-Bildschirm auf 12 Zoll, ob ich das brauche. Mein Retina heißt ja, dass ich bei einem normalen Arbeitsabstand keine Pixel mehr wahrnehmen kann. Es schaut großartig aus, das braucht man nicht reden. Also wenn jemand mal den neuen Mac gesehen hat, den iMac mit Retina oder das MacBook Pro mit Retina, schaut großartig aus. Nur es sei dahingestellt, ob man es wirklich braucht, ob man wirklich einen Unterschied jetzt merkt, wenn man es nicht kennt. Wenn du ein Retina-Display gehabt hast und nachher ein anderes anschaust, merkst du das schon. Aber wenn ich bei meinem 13 Zoll MacBook Pro arbeite, mir stört ehrlich gesagt nichts. Im direkten Vergleich merkt man es natürlich eh ganz klar, ob man es braucht. Ja, da sind wir dahingestellt. Also das muss jeder für sich selber entscheiden. Natürlich hier, Apple bemüht sich, dass man hier möglichst umweltschonend arbeitet. Also hier Energistar-Richtlinien und PVC-frei und, und, und. Also die ganzen Sachen, die ganzen Schadstoffe sind ja möglichst minimiert bei dem Ganzen. Ja, dann gibt es natürlich noch etliche Bilder und vom Bildschirm-Design, wie das alles ausschaut, der Akku-Aufbau. Hier sieht man nochmal das Innenleben. Also wirklich nur viel Batterie und ein ganz kleines Logik-Board. Und hier hat Tim Cook dieses schöne Stück in der Hand und schaut wirklich spektakulär aus. Kann man ja sagen, was man will. Preislich, 1299 Dollar. Ich will nicht mal an, das wird sich 1 zu 1 in Euro umrechnen wahrscheinlich, oder sogar ein bisschen mehr in Euro sein, mit einem Wechselkurs, der ist ja momentan nicht so gut. Also der ganze Store wurde jetzt ein bisschen teurer. Die ganzen Geräte kosten jetzt teilweise 100 bis 200 Euro mehr. Aber es liegt vermutlich einfach am schlechten Wechselkurs zwischen Euro und Dollar momentan. Die Varianten hier, eben 1,1 Gigahertz. Und das ist mein Gedanke. Also wie gesagt, wer mehr will für normale Büroarbeit und Surfen usw., würde das, glaube ich, nicht reichen. Also ich glaube, mit 3D-Anwendungen braucht man, glaube ich, gar nicht reden. Und von Photoshop arbeiten, ja, ich weiß nicht. Also rechenintensive Sachen, glaube ich, wird es nicht sein, glaube ich einmal. 8 GB Speicher, 256 GB SSD. Gibt auch eine zweite Variante mit 1,2 Gigahertz, 512 GB SSD. Also ich denke, wie ich es vorhin erwähnt habe, ein Gerät für unterwegs, für ein Büro, Mainer, der unterwegs auch schreiben, recherchieren will, ist es das ideale Gerät. Könnte man mal vorstellen. MacBook Air, die haben auch den neuen Prozessor bekommen, den neuen Intel Core Prozessor, der fünften Generation und die 13-Zollen MacBook Pro bekommen auch dieses Force Touch Trackpad. Also das finde ich schon mal eine ganz, ganz gute Sache, dass das auch hier weitergebracht wird. So, aber jetzt kommen wir zu dem, eigentlich auf das alle gewartet haben, und ja, zwar die Apple Watch. Und die Apple Watch, die scheidet ja die Geister. Also nachdem die Apple Watch präsentiert wurde, da ist es ja im Internet aufgegangen, in den Voren, in den diversen Medien. Oh, 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 ich sage es euch, da geht es rund. Und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ob das das Ganze jetzt ein Flop wird oder ob das ein Knaller wird. Müssen wir mal schauen. Also dieses Design gibt es in drei Varianten. Vom Prinzip her mal, jetzt gibt es die Apple Watch Sport, das ist eine, die aus Aluminium ist, allerdings auch ein festeres Aluminium wie normal. Dann gibt es die Edelstahl-Variante und dann gibt es noch die Gold-Variante. Und da, ja, da schlagt es einfach fast den Boden aus. Diese Gold-Variante kann man kaufen bis zu 18.000 Euro. Das muss man sich mal auf der Zunge zählen lassen. 18.000 Euro für eine Uhr. Ja, da hat es Diskussionen gegeben. Ist es das wert, ist es das nicht, wer spielen die Römer oder spielen sie nicht oder die aus Capatino, ob die spielen oder nicht. sei es mal dahingestellt. Ich glaube, über einen Preis braucht man da nicht großartig diskutieren, obwohl da zwei Fronten haben sich aufgetan, wie ich es ein bisschen recherchiert habe. Die einen sagen, auf der anderen Seite, ja, eine Uhr ist auch eine Wertanlage. Ich muss dann sagen, ich weiß nicht, ob so eine Uhr als Wertanlage zu dienen hat, denn alles, was elektronisch ist, hat immer mehr Ablaufdatum. Sei es die Batterielaufzeit und das ist ja auch schon ein Punkt, denn die Batterie an sich läuft nur 18 Stunden am Tag. Nach 18 Stunden ist sie zum Laden. Da können wir ein bisschen weiterblättern, natürlich die ganzen Funktionen und so weiter. Dass die Uhr alles kann, das ist eigentlich klar. Also von SMS lesen bis hin zu telefonieren, das war vielleicht ein bisschen Überraschung, dass man wirklich aktiv telefonieren kann, war ich nicht ganz klar. Also man kann auch wirklich telefonieren damit, das heißt, die Uhr hat Lautsprecher und Mikrofon eingebaut, man kann Nachrichten her schicken. Aber es sind Sachen, die haben wir eh schon alles gesehen, das war jetzt nichts Neues. Also man kann hier drauf zeichnen und die Zeichnung wird dann umgewandelt und wird dann verschickt. Obwohl hier auch die Frage ist, ob das dann nur von iPhone, von Apple Watch zu Apple Watch funktioniert oder auch von Apple Watch zu iPhone beziehungsweise dann zum Mac, zum iMessage, was dann dort ankommt, ob das funktioniert. Übrigens braucht man zwingend auch ein iPhone dazu. Also die Uhr selber an sich ist ja eher nur das auszuführende Organ, sagen wir mal so. Also die wichtige Kommunikation muss einfach mit iPhone stattfinden. Schön ist hier die Sportaktivitätsgeschichte, denn die Uhr misst natürlich auch die Bewegung, die man macht und liefert dann am Ende der Woche immer eine Zusammenfassung, was man gemacht hat, ob man ausreichend gemacht hat und erinnert einen auch wieder, dass man vielleicht was tun sollte. Also gerade für so faule Hunde wie mich wäre es ja auch noch für sich ideal, dass ich ab und zu ein bisschen erinnert werde, hey, fauler Hund, steh mal auf und tue mir was. Die Christy Turlington Burns, was? Er hat schon, Turlington Burns, er ist wirklich so, der hat einen Halbmarathon gelaufen mit der Uhr. wurde extra hier angekündigt, weiß nicht, aber das ist so der Burnout, was man hier sieht, aber ich denke, da müsste man schauen, was hier für die Daten herausgekommen ist. So eine Besonderheit, ich habe es noch nie gesehen, dass eine Frau auf der Bühne war, das ist übrigens diese Marathonläuferin, ja, auf jeden Fall die das einfach präsentiert. Gut, das WatchKit, das kommt auch, mit iOS 8.2 ist ja auch die Apple Watch Software gekommen, also mit der man die Software verwalten kann, das gibt es ja auch schon mittlerweile. und hier wurde einfach noch präsentiert, was Siri steuern kann, dass man ja eben alles machen kann, was man im Prinzip mit der Uhr auch machen kann, was Siri betrifft, vom Nachrichtenschreiben und so weiter und so fort, eben auch hier diese, dass man hier ein Taxi anfordern kann, eben über Siri gesteuert und so weiter und so fort, aber das sind so viele Sachen, die vermute ich mal nur bei den Amis gehen, ob das wirklich bei uns auch so sein wird, ja, schauen wir mal. Ja, die All-Day-Batterie, das ist so eine Sache und Batterie ist ja auch so ein Thema, hier das Ladeprinzip ist wie so ein Magnetstecker, also der klippt sich selber an, das ist wie bei Macbook der Stecker, da fahre ich noch hin und zack, piekt er drauf, mehr oder weniger und da sind natürlich auch die Diskussionen heiß und hoch gegangen eben mit dieser Batterielaufzeit, also 18 Stunden für einen Tag sollte im Prinzip zwar reichen, allerdings finde ich es auch persönlich schon ein bisschen bedenklich, also 18 Stunden, wenn ich in der Früh um 6 Uhr aufstehe und arbeite bis um 6 Uhr am Abend, dann sind es schon mal 12 Stunden und dann habe ich ein paar Stunden zu Hause, also da wird es wirklich schon knapp, das Ganze, also für einen normalen Tag sollte es reichen, wenn du auf der Nacht noch fortgehst, dann musst du dazwischen schon mal laden, auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, das Handy ladet man ja sowieso mindestens einmal am Tag, also teilweise sehe ich Leute, das Erste, was in der Früh in die Firma kommen, ist kein Guten Morgen, sondern auch, wo ist hier der Stecker, ich brauche ein Ladekabel, also von dem her gesehen, sehe ich es nicht ganz so eng, was schon eine Sache ist, die Batterielebensdauer, die Lebensdauer, das wurde jetzt eben bekannt gegeben, die beträgt circa drei Jahre, allerdings kann man die Batterie tauschen lassen bei Apple, man muss die Uhr halt dann einschicken, was das kosten wird und so weiter, ist aber nicht klar, also inwieweit sich da, wie mühsam das Ganze wird, werden wir sehen, und wie sich das Ganze dann auswirkt auf diese, wie vorhin angesprochene, Wertanlage wegen einer Uhr, wenn man so eine Uhr als Wertanlage sehen kann, wenn man so eine Breitdäger, Rolex oder irgendwas kauft, die mechanisch ist, die hält wahrscheinlich 50, 60, 70 oder sogar 100 Jahre, wenn man sich die alten Stehuhren anschaut, die ein paar Jahre 100 Jahre alt sind, also ich weiß nicht, ob man so eine Uhr als Wertanlage sehen kann, aber um auf das Thema Preis zurückzukommen, wie gesagt, 18.000 Euro wäre die teuerste Variante, da muss ich schon sagen, man darf das nicht ganz so jetzt auf den Preis niederdrücken, denn es gibt auch Leute, die kaufen sich ein Hemd von Amani um 200, 300 Euro, wenn man sich sagt, für was soll das gut sein, da kannst du ein Hemd um 20, 30 Euro kaufen und erfüllt genauso seinen Zweck, es gibt Leute, die kaufen sich ein Ferrari, ein Porsche, ein Lamborghini, braucht auch kein Mensch, ein großer Haufen Geld kann man sich kaufen, weil es hat iPhones gegeben, die wurden, oder auch Samsung, da braucht man nicht unbedingt nur vom iPhone reden, es sind auch andere Gerätschaften quer durch die Bank, die dann veredelt wurden von Firmen, die haben dann aus einem von iPhone weiß ich, es hat das iPhone gegeben aus Gold mit Diamanten drauf, das hat glaube ich knapp eine Million Euro gekostet, ja, warum machen die das, wenn es die Kunden dafür nicht gäbe, und ich bin mir sicher, dass es auch für diese 18.000 Euro Uhr an Kunden geben wird, braucht uns aber nicht aufregen, ja, ich meine, der kauft sich das halt und fertig, der wird schon einen Grund haben, warum, der wird einfach das brauchen, also sagen, man schau, ich habe eine Uhr um 18.000 Euro, wieso haben Frauen Ohrringe, die an Heiden Geld kosten, obwohl sie auch nicht anders ausschauen, wie wenn sie was mit Glassteinen besetzt sind, also ich glaube, da geht es jetzt nicht darum, was wie viel kostet, sondern es hat einfach einen anderen Wert für diese Leute, die sich sowas dann kaufen wollen, also über sowas braucht man sich auch noch für sie nicht aufreden, denn es wird immer Sachen geben, die für uns normallos zu teuer erscheinen und trotzdem Kunden finden, also von dem her gesehen, was soll's. Hier haben wir ein bisschen die Produktpalette, also beziehungsweise die Materialpalette, die es eben gibt und hier auch verschiedenste Variationen, verschiedenste Uhrbänder und die Uhrenlayouts und so weiter und so fort, verschiedene Größen von den Displays, also hier hat Apple sicher, ja, ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, ob diese Uhr jetzt hier ein Burner wird oder nicht, hier noch ein interessantes Bild und das ist auch etwas, was ich immer wieder als Argument höre, dass Apple zu überteuert ist und dergleichen. Ich muss sagen, ich bin jetzt seit vielen Jahren wirklich Apple-Fan und eine Sache, die ich auch liebe von Apple, ist einfach diese Präzision der Verarbeitung und man kann es nicht so ein MacBook einfach so eins zu eins technisch vergleichen, es nur von den Inhalten, sondern man muss immer das Gesamtpaket sehen. Das hat jetzt nicht nur mit Apple zu tun, sondern auch mit allen anderen Produkten, wie gesagt, wieso kostet ein Ferrari so viel Geld, obwohl das Auto auch nur aus Blech und Metall besteht. Da geht es einfach darum, wie das Ganze gemacht wird. Ich meine, hier bei Apple, speziell mit diesen Unipody-Gehäusen, die werden ja wirklich präzisionsgefräst, aufgebaut und nicht einfach aus der Maschine rausgepresst, wenn man es bei Plastikcomputer kennt. Also das ist schon ein bisschen ein Unterschied und wer schon ein MacBook gehabt hat oder Produkte von Apple und schaut sich die an, die haben schon wirklich eine phänomenale Präzision. Also da steht nichts drüber, da ist keine Kante, da ist, ja, das ist halt wirklich aus einem Guss und wenn man das einmal lieben gelernt hat und wenn man einfach darauf steht, dann ist es einem das auch wert. Anderer sagt sich wiederum, nein, das ist mir wurscht, ich brauche einfach einen Rechner, der schnell ist, der wenig kostet und bla bla bla, mir wurscht, ob der aus Plastik ist. Ja, ist ja auch in Ordnung, dann hat er seine Entscheidung gefällt, aber ich finde es einfach müßig, darüber zu diskutieren oder Leute, die es einfach auf das bestimmte Wert liegen, da irgendwie zu verurteilen. Finde ich bescheuert, sorry, tut mir leid, also das ist einfach nicht nötig, weil jeder kann sich ja frei aussuchen, wie und was er haben will. Ich persönlich mag es, ich mag einfach dieses ganze Paket von Software, Hardware, von der Ausführung, wie sich das Ganze anfühlt, ich stehe einfach mittlerweile drauf, deshalb kaufe ich es mir. Am anderen ist es wurscht, der kauft sich etwas anders, ist ja kein Problem. Ja, die Uhr kommt am 24. April, kann man sich dann vorbestellen, beziehungsweise vorbestellen ab 10. April, ab 24. April werden sie dann verschickt. Der Start ist vorerst mal in diesen Ländern, also Österreich ist noch nicht mit dabei, die deutschen Nachbarn können sich freuen, da kommt jetzt auch raus, obwohl auch sicher viele Österreicher wahrscheinlich da drüben bestellen werden oder sich da drüben holen werden. Ja, eine tolle Sache, ich muss sagen, mir gefällt das Line-Up, ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht iMac-mäßig auch was hört, oder nehme ich an, das wird erst später kommen dieses Jahres. Ihr wisst ja, bei Apple gibt es immer so Zeiten, wo diese Keynotes sind und bei jeder Keynote ist immer so ein bestimmter Bereich, der abgedeckt wird. Gut, das war es dann hier, das war die Keynote und hier sieht man auch die Präsentationen, wie die Uhren dann hergezeigt werden und die Leute und die Presse kannten die Uhren dann natürlich entsprechend probieren und anschauen und angreifen und hier ist immer Tim Cook mit der Christy, schaut auch recht zufrieden rein. Das Ganze muss ich sagen, die Keynote hat mich nicht so vom Hocker gerissen, mir hat es ein bisschen so, weiß ich nicht, die Watch haben wir schon, also mir fehlt immer ein bisschen so dieses Wow, dieser Wow-Effekt, weil die Watch haben wir schon gesehen, das MacBook, ja, MacBook an sich kennen wir, man ist schon spektakulär, wie dünn und wie klein das ist, aber ja, ich glaube vielleicht muss man es selber in der Hand halten, um sich natürlich dann noch einen Eindruck zu verschaffen, gerade auch die Uhr ist sich auch so gerettet, das muss man in den Händen halten, um das wirklich zu beurteilen zu können. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was so noch herkommt und ich bin wirklich sehr gespannt, was die Uhr reißen wird, denn was man so liest in Zeitungen, braucht kein Mensch, alles ein Klumper, viel zu teuer, bla bla bla, aber das haben wir damals beim iPad auch schon gehört, ja, und trotzdem ist es ein Burner geworden und ich traue Apple schon zu, dass sie auch mit der Uhr jetzt einen großen Wurf schaffen, obwohl ich im gleichen Atemzug sagen muss, mich würde es auch nicht wundern, wenn sie auf die Schnauze fallen damit, ja, also ich kann es echt nicht, ich traue mich nicht, es zu beurteilen, wie die Sache mit der Uhr ausgehen wird, so in Twitter-Kreisen und in Foren habe ich schon gesehen, es gibt etliche, die das kaufen werden, etliche sagen, nein, auf keinen Fall, ja, soll sich jeder selber entscheiden, wie er will und ich bin gespannt, was ihr jetzt zu dem Ganzen sagt, schreibt in die Kommentare, was haltet ihr von dieser Keynote, was haltet ihr von der Uhr von dem MacBook, was sind eure Meinungen, eure Ideen, was wünscht ihr euch in Zukunft, bin gespannt, was da kommt, von meiner Seite mal herzlichen Dank fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, wir sehen uns beim nächsten Mal, tschüss, ciao, euer Bitwalker. Dabeisein, wir sehen uns beim nächsten Mal, Vielen Dank.